Und weiter geht's mit, South Park, der Stab der Wahrheit. Hey, Kind, since a lot of our best guys are dead by your hand, can you help us collect Underpants? We just need a few more to hit our quota. Holy shit, you did it! This goes a long way to make it up for killing all our fucking friends. Level 13, schön. Unterhosenbichte, neue Freundschaftsanfrage. Okay. Ich entschuldige mich nochmals für die beliebter als Jesus. Cool. Ähm, es tut mir furchtbar leid, dass ich die letzte Folge so stark zensieren musste. Ich hab einfach ab einer bestimmten Stelle, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, weil ich das gerade im Anschluss aufnehme, einen Cut gemacht, bis dahin wo es wieder ging und hab dann dazwischen kurz gelabert. Alle Krieger von Simon und Daniel werden zu einer Notversammlung gerufen. Meldet euch sofort im Elfenwald. Karten und sechs anderen gefällt das. Alter, Wichtelhacke. Äh, Unterhosenhelm, lässt Feinde kotzen, wenn sie sich dir nähern. Wichtelhelm, fügt 15 Rüstung hinzu und schwächt feindlich eigentlich. Du hättest jede Runde 3 Ampere, wenn du gestrumpft bist. Aber da mach ich mir 15% mehr Schaden schon bei betäubten Zielen. Äh, ändern. Äh, alles entfernen. Das entfernen wir mal und laufen jetzt so rum. Sammle fünf Unterhosen, hab ich schon längst gemacht. Liefere die Unterhosen. Wir können jetzt auch überall rein, wo kleine Sachen sind. Wichtelstaub. Yay. Cool. Cool, wir können uns jetzt bliebig groß und klein machen. Und wir haben unsere Eltern letzte Nacht beim Sex belauscht. Oh, und ihr habt das leider nicht sehen dürfen. Go play with your new friends today. Dad, neue Freundschaftsanfrage. Watch out for strangers. Son, I'll give you 20 dollars, if you talk right now. Wenn du jetzt sprichst, bitte. Ich frage mich, was er angestellt hat. Ja, hinten war für mich, wenn ich das schon höre. Sie dürfen ihn nicht finden. Vaterkomplexe. Schönen. Warum ist denn jetzt mein Verkleider? Cool, dann können wir jetzt erst mal. Timmer. Okay, da ist nichts. Dann wo geht es denn hier hin? Hier war ich ja noch nie. Wo geht es denn da hin, bitte? Mann, 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 Mann. Ähm. Kann ich das eingreifen hier? Oh, die letzten Penner. Cool. Cool, 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 cool. Komm. Machen wir die Penner fertig. Du denkst, dass sie besser wissen würden. Hoffentlich mache ich jetzt wieder mehr Schaden. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ja, mache ich. Schön. Und ich muss auf jeden Fall gleich mal aufrüsten. Weg des Schwertes. Stemme schwebt seinen inneren Actionheld und greift den Feind mit viel Zeit von Lieben an. Machen wir den. Machen wir den. Ich habe jetzt nicht... Oha. Nimm einen Schluck. Der Typ rennt. Aufgetankt. Angriff erhöht. Das ist nicht nett. Boste ein Kick. Hey. Für dich nicht fair. Habe ich noch einen Machtrank? Ja, einen habe ich noch. Wir müssen definitiv einkaufen gehen hier nach, wenn wir die Penner besiegt haben. Warte mal, meine Waffe macht doch zwei Schaden. Äh, beide. Begleiter tauschen. Kenny. I need your help. Angriff erhöht. Nimm einen Schluck. Flüssiger Mut. Die Penner sind aber auch ganz schön hart, muss ich schon sagen. Gesundheit für mich. Hallee. Kenny. Ruf deine Ratten. Schön, 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 schön. Oh. Er hat fast verpennt. So schütteln. Lebt nur noch der. Und gewonnen. Alle Penner sind besiegt. Obdachlosencamp ungesiegelt. Kehre zur Bürgermeisterin zurück. Höre zur Bürgermeisterin. McDonalds. McDonalds. Ey, ich will die Tasche. Die Mondfarbe grün. Und Geld. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Hey, ich kann auch Kenny. Cool. Bart. Pferde. Besitzes. Was? Und. Haha. Kenny, du musst da bleiben. Oh Mann. So, jetzt muss ich erstmal einkaufen. Da sind schon wieder Nazi-Katzen. Habt ihr sie gesehen? Wo konnte ich nochmal einkaufen? Du bist der neue Kind, den ich überhörte. Hui. Ähm, ich wollte gerne einkaufen. Muss ich zu dem Penner gehen? Wahrscheinlich am besten. Ähm. Okay. Der Kassierer hat sich in einen Nazi-Zombie verwandelt. Gut. Okay. Ich nehm das mal so hin. Und jetzt für eure heutige Präsentation. Ich bin Damien, der Angi-Christ. Der Sonne von Satan. Und ich habe nie gesehen, dass etwas so hideous und vile als das, was die Vorto genannt haben, Ron Schneider. Okay. Die ganze Kassierer hat sich digitalisiert von Ewoks. Ewoks. Mein Gott! Willst du silent sein? Oh Gott. Warte, hopp. Wieder in die Tasche gerne, da oben. Es ist Adam Sandler in... ...Rate in der Hand. Ja, extra Head-Brücke. 18 Sonnenbrille. Wiederbelebung. Okay. Rob Schneider war ein Animal. Dann war er eine Frau. Und jetzt ist Rob Schneider ein Stablerer. Und er ist jetzt zu finden, dass ich ein Stablerer, ist leichter als ich. Hexenhut, zerbrochene, wichtige Stülpen. Gut, jetzt weiß ich, wie man dahin kam. Wo war denn hier gerade das Sieghall? Wo kam das denn her? Ah, ich wollte da rein. Warum hat der PTA nichts gegen die Zombies vergenommen? Keine Ahnung. Elternrat? Vielleicht? Weil sie Eltern sind? Und keine Zombiejäger? Und dann hat er irgendwas? Äh, Gesundheit. Wir kaufen mal voll alles. Oh Gott. Sorry, das ist nicht notwendig. Mein Sohn ist jetzt noch, um heute's frische, lokalen Koffe zu holen. Ich wünsche mir unsere lokalen Koffe zu holen. Warte, irgendwie... Ich hab hier... Was ist das vielleicht? Das PTA ist qualifiziert, dass du dir ein Freund von Tweak-Koffe online sein soll. Als ein Freund von Tweak-Koffe zu holen solltest du ein Freund von Tweak-Koffe online. Nazi, der ganze Zeit rumbrüllt. Laden. Laden, Laden, Laden. Äh, wahrscheinlich da sind die Zombien-Nazis. Ich gebe dir einen guten Preis. Oh, hier kann ich ja nichts kaufen. Okay, ich hab alles voll, was ich haben brauch. Haben wollen tun. Ich hab gerade 140 Dollar ausgegeben für Leben und allem. Oh, jetzt kommen wir in die Garage. Cool. Dracula, Poghul, Graberde, Volkdisch-Extranek, Ogamas Games Fair. Cool. Cool, cool, cool. Jetzt kommen wir ja fast überall hin. Ah, jetzt weiß ich auch, wie da unten hinkommen. Oh, cool. Ich hab mich schon immer gefragt, wie man, wie heißt denn da hinten an das Ding kommt. So, komm mal da hin. Aber aufregend, das war nicht drin. Was ist in dem Hai hier drin? Da hab ich gar nicht rein. Da hab ich jetzt auf die Mädchen-Toilette. Schade. Nee, da kann ich auch nichts verkaufen. Da muss ich zu einem der Händler gehen, schätze ich mal. Äh. Dagegen werde ich mal nichts unternehmen. Wo ist eine Schnellreise-Flagge? Ich möchte die ganze Schnellreise-Flagge. Da ist einer. Bestimmt schon zwei. Ich bin mit Sicherheit an welchen vorbeigelaufen. Wir gehen zu Cartman, weil ich da weiß, dass da ein Händler ist. Auf jeden Fall. Ohne eine Mission zu starten. Hui. Oh, zur Bürgermeisterin nehmen wir auf jeden Fall zu der, in der Folge noch. Ja, ich möchte gern Geld. Äh, Verbrauchsgüter, nein, Waffenrüstung, Kram. Ja, Stapel verkaufen. Verkaufen wir jetzt alles. Einfach Geld sammeln. Ich schätze mal, Kram ist einfach zum Verkaufen da. Wurde angeblich für Hodengröbs ausgestellt. Hm. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Schön. Habt ihr neue Waffen? Feuerschwert macht weniger Schaden. Ausrüstung? Kahnstülpen. 30 Rüstung zu. 50 Rüstung. 90 Rüstung. Die Kahnrüstung wird gekauft. Die Kahnrüstung wird angelegt. Du hast vier neue Freunde. Mrs. Tweak, Mr. Tweak, Damien, Dad. 63 Freunde gibt's. Haben wir mittlerweile. Ha, gibt's, ey. Haben wir. Äh, Kahnhelm. Kahnrüstung. Wunsch. Wunsch. Schön. So gefällt mir das. Ne, das war falsch. Ich geh wieder rein. Ich möchte gern zum Rathaus. Timmy. Wo haben wir denn das Rathaus? Da haben wir's. Was ist da am nächsten? Welcher Schnellreisepunkt? Der da oben ist am nächsten. Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui schau 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 ich habe ihr problem gelöst your work helping with the homeless of south park will never be forgotten hier ist ihr cash ich will sie nicht von uns hören schade mann eine nase juckt schon wieder die wir den da oben runter das ist ja nicht jetzt mittlerweile wir haben ja mr mr chef koch schlüssel für das postfach ich habe mal gespannt was da drin ist lila farbe geld afro perücke eiserner bratsch spieße und mcc schlüssel geld taschenrechner durchs hintertürchen neuen schamhaare kleine batterie hier haben wir schon alles schön noch ein paar aufgaben der aufgaben erledigt nicht paar sachen gesammelt hier runter und rechts wenn ich hier irgendwo noch das kind links in der band irgendwo wo waren das hier war das ja mache ich auf jeden fall wenn ich jemand verklagen will komme ich zu ihnen lalala so aber hier werde ich die folge beenden wir werden in der nächsten folge erfahren was wir hier machen was in der versammlung besprochen wird ja meine versammlung ich hoffe euch hat die folge gefallen haben uns jetzt ein bisschen aufgerüstet haben die obdachlosen restlos ausgerottet nein besiegt und haben uns ja ausgerüstet hat neu haben eine neue rüstung tschüss haut rein euer hänselmann ciao